Heute beim Talk hinterloschen zu Gast Volker Engel, ein Bremerhavener Hollywoodstar. Herr Engel, schön, dass Sie da sind. Herzlichen Dank, ich freue mich. Herr Engel, erzählen Sie doch mal, wie man als Bremerhavener nach Hollywood kommt und dort einen kleinen Superstar gibt. Oh, in unter 10 Minuten? Ganz schwierig. Das war natürlich eine lange Reise. Ich fing im Studium an der Filmakademie in Baden-Württemberg an, das Kennenlernen von Roland Emmerich, die Begeisterung für visuelle Effekte durch Filme wie Star Wars zum Beispiel. Und dann war ein großer Schritt, dass natürlich Roland Emmerich bereits zwei Filme gemacht hatte. Er mich Jahre später anrief und sagte, lass uns wieder was zusammen machen, mit einer Reise hier noch etwas vor. Das nennt sich Independence Day. Und das können wir am besten zusammen machen. Und so wie ich das ganze Abenteuer dann in Amerika muss. In Amerika haben Sie dann auch den Oscar erhalten, für visuelle Kräfte. 1994, wenn ich bin in C1. Was hat sich seitdem verändert? Da hat sich eine ganze Menge verändert. Da haben wir damals noch sehr viel mit Modelltrick gearbeitet. Und 20 Jahre später haben wir kein einziges Modell mehr. Die Modelle werden dann inzwischen halt am Computer gebaut. Und das ist immer noch sehr spannend. Leider fällt der Grupp von Farbe, Holz und anderen Materialien an den Zweck. Aber dafür haben wir jetzt ungeahnte andere Möglichkeiten. Wir können deshalb auch die Geschichten anders erzählen oder auch andere Geschichten erzählen. Und also Möglichkeiten. Was können wir denn bei Independence Day 2 ansehen? Ob wir die Kinder hier von vorne? Hm, was habe ich jetzt da verraten? Wir können zum Beispiel, da habe ich mich nicht ganz besonders darüber gefreut, etwas zeigen, was wir im ersten Teil nicht so sehr zeigen konnten. Das hat mit den Modellians zu tun. Da hat man wirklich ein sehr limitiertes Budget. Und haben mit einer Technik gearbeitet, die sich dann nannte Manson Suit. Das heißt so viel wie ein Mann im Anzug. Aber das ist fast so wie die Wurzellate, die früher gemacht wurden. Da hat jemand so ein Hügelstück bekommen. Mit einem Alien-Kopf drauf. Und das ist eine Sache, die natürlich nur für relativ kurze Schnitte in Kauf gibt. Und Leute haben die Möglichkeit, das aus der Kühe zu zeigen. Und wichtig ist auch, dass wir ein ganz neues Ebenen kennenlernen. Aus der gleichen Familie, sage ich mal. Aber sie sind auch ein bisschen größer. Und da können wir sich drauf freuen. Am 14. Juli kommt dann Independence Day 2 in die Kinos. Sie sind dann auch dabei, das ist richtig? Ja, genau. Wir sind im Cinematikino. Und wir machen da eine schöne Premiervorstellung. Genau. Und unsere Abonnenten sind dann auch herzlich eingeladen, dort Karten zu kaufen. Die sind dann vorgekauft in der Hafenstraße 40. Das ist gut. Der Werbe. Der Werbe. Der Werbe.